Hey Leute, nach diesem seltsamen Vorfall von eben... Äh, ja jetzt leuchten die nicht mehr. Äh, geht's weiter. Kann man da hoch oder so? Einfach mal gucken. Was sieht episch aus hier? Ähm... Ja, kann man nicht. Gut. Aber ihr müsst zugeben, ähm... Damit hätten wir jetzt alle nicht gerechnet. Und ich muss sagen, das Teil sieht auch irgendwie cool aus. Moment, ist der Schutz schon zu Ende? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Äh, dann sind wir... Ja, okay, jetzt habe ich meinen Meisterball benutzt. Okay, für krass. Ähm... Ja, meinen Meisterball habe ich eigentlich nur benutzt, weil der Part zu Ende war. Höhöhöhöhöhöhöhöh. Naja, was heißt hier zu Ende? Ähm... Sonst wäre der Part asynchron geworden und, naja... Pfff, wofür brauche ich meinen Meisterball denn sonst jetzt mal ernsthaft? Dann fange ich mir alle anderen Pokémon und ich so brauche halt mit anderen Bällen am Ende. Okay, ich bin schon auf der Quaser gesparen. Aber mal ernsthaft, hier, wo ist das Teil? Ähm... Ich will rotterscrollen. Rotterscrollen... Da. Da haben wir die beiden. Aber ich muss sagen, das sieht auch nicht so cool aus wie das. Aber es sieht auch nicht scheiße aus. Ist mir egal, was ihr jetzt dazu sagt. Okay, es ist einigermaßen groß. Ja, das ist nicht so ganz groß, aber okay. Ja, du wirst natürlich kämpfen. Und nur, als du es wisst... Ja, ich werde auch dieses Pokémon auf Level 75 trainieren. Also, wahrscheinlich, wenn wir aus... Ach, du Scheiße! Ähm... Jetzt habe ich vergessen, wie soll ich... Ähm... Wahrscheinlich nach dem Part, wo wir aus der Höhle raus sind, beim nächsten Part, dann werde ich das Teil auf dem 70 haben. Oder sogar noch höher. Aber es hat Eiseskälte drauf. Hahaha! Ah, daneben. Scheiße. Au. Anstatt eine Feuerattacke einzusetzen. Okay. Oh! Egon! Ey, Alter! Ja, wir schmeißen mich mit Stein. Ah, Egon kriege ich eh nichts gebacken. Und der wirft noch mehr auf mich. Na, geht doch. Not very effective. Ist mir scheißegal, es ist tot. Was kommt jetzt? Interessant. Da kann ich was sehen, wenn du es. Okay. Nein, kann ich auch nicht. Was zur Hölle? Yeah. Okay. Ja. Ja. Slam trifft ja sowieso immer so oft. Oh. Ganz toll. Was? Äh, was? Gut. Damit habe ich jetzt eigentlich nichts gerechnet. Slam trifft. Hm. Egal. Ja, ich habe dich besiegt. Da guckst du was. Äh, das Tolle ist. Ich weiß nicht mal, was für Attacken mein neuer Nightmare drauf hat. Also, äh, lol. Ja, ja, da. Ist klar. Ich habe es fast vergessen. Yeah, Raymon. Du blöder Spanier, du. Nicht, dass ich was gegen Spanier hätte. Das wollte ich jetzt nur gesagt haben. Ich habe nichts gegen Spanier. Ich bin dein letzter Trainer. Dieser kleine Hosenscheißer. Jetzt mal ganz ernsthaft. Not Bird. Äh, Blasierblatt? Fragezeichen? Blasierblatt Ausrufezeichen. Ja, Drachentanz. Es muss mit. Ja, war klar. Was, nur ein Superdrang. Gut, dann ist das Teil wahrscheinlich tot. Oder? Nein, es lebt. Jetzt ist es tot. Erfahrungspunkte. Was kommt jetzt? Faerut. Whatever Faerut ist. Na, das Teil. Slam. One hit down. Bitch. Oh nein. Nicht, nein. Nicht Seamoss. Ah, ich gucke nicht hin. Okay, so wie es sich angeht hat, jetzt ist es Doppelteam. Hopp, ich treffe meinen Solarstrahl. Okay, alle getroffen. Hopp, ich greife das auch. Und? Ist es tot? Ja, es ist tot. Jetzt ist es weg. Jetzt kann ich wieder gucken. Ich will nicht gegen meinen Sardar toppen. Okay, das ist doch doof. Oh man, die Weiterentwicklung von dem Scheißhaufen. Und tschüss, du. Nicht mehr ganz so blöd aussehen. Aber trotzdem immer noch ein Scheißhaufen. Scheißhaufen. What the was? Egal. Oh yeah. Das teilt sich cool aus. So, laden wir doch mal fix meinen Solarstrahl auf. Wenn ich jetzt paralysiert bin, dann werden Köpfe rollen. Ich hätte schon fast gedacht. So, noch Strahle. Ach, nicht sehr effektiv, okay. Ha, reicht aber trotzdem. Und bald. Das kann nicht sein. Nein. Tja, ist so. Was? Was hat er gesagt? Ja, okay. Er will eben seine Pokémon heilen und zurückkommen, okay. Moment, ist er immer noch da? Nein, ist er nicht. Okay. Yeah. Ein Haus. Wieso steht hier oben? Ach, egal. Okay, noch ein Haus. Ey, sag mal, ist das eine Stadt hier oder was geht ab? Ich hab mich hier durchgekämpft und das ist eine Stadt? Okay, das Gebäude sieht immer noch cool aus. Es ist größer als sonst. Ja, das erste, was ich tue, ist jetzt mal um Pokémon zu heilen. Ja, Pokémon heilen. Ding, ding, ding. Danke for waiting. Kein Ding. Äh, was ist hier? Okay, was ist jetzt der Unterschied dazu? Gar keiner, auch nicht. Und was macht diese Zeichen da? Das labert der Kerl da. Ah, hier kann man einkaufen. Übertränk habe ich 40, das müsste er reichen. Moment, warte. Ja, müsste er reichen. Full of the store. Hol ich mir, ähm, 20. Ja, doch, das müsste er reichen. Full hier habe ich auch noch genug. Ja, müsste er reichen. So, jetzt gucken wir mal, was mein Nightmare, mein neuer, ja, mein neuer Nightmare so kann. What are you doing? Nur Pokémon. Da. Ein, nicht neben. Äh, okay. Wasser, Dunkelheit. Sau geil. Äh. Okay, seine Werte, gar nicht so scheiße. Spezialangriff, gerade heraus. Bodyslam, Clermine, Dreistrahl, Hydro-Pumpe. Ja, also, ja, kann man mit leben. Okay, Leute. Äh. Ja, für diesen Part mache ich jetzt mal Schluss. Er ist etwas kürzer geworden. Und im nächsten Part werden wir meinen neuen Nightmare auf Level... ...werden wir alle auf 80 haben. Ja, doch, wirklich, denke mal, ich hau alle auf 80. Ja, doch, das könnte ich mir leisten, glaube ich. Ja, okay, Leute. Mal gucken, ob ich es schaffe oder ob ich doch keinen Bock habe. Aber, naja. Wir sehen uns. Haut rein.